Die entsprechenden Slides sind verlinkt im HackMD Workspace und ansonsten werde ich sie selbstverständlich jetzt in den Chat reinkopieren, beziehungsweise für diejenigen, die nicht auf den Chat und nicht auf HackMD zugreifen können, das hier, hier sind die Slides. Slides.com slash Rainer Stropberg slash C-12, das Sharp kann er nicht anzeigen, slash Fullscreen. Müsst ihr jetzt nicht aufrufen, schaut einfach bei mir mit. Und hier bei diesem C Sharp 12 möchte ich jetzt ein kleines Stückchen nach vorne gehen. Die anderen Kapiteln, die zeige ich euch natürlich etwas später noch, die werden wir dann so gegen Ende des Tages uns ansehen. Jetzt möchte ich kurz auf dieses Kapitel hier springen. Achtung, wir reden hier über C Sharp 12. C Sharp 12 bedeutet, dass dieses Ding nicht heute verfügbar ist. C Sharp 12 ist die nächste Version von C Sharp und nichts von alledem, was ich euch jetzt gleich zeigen werde, kann ich euch live vorführen. Der entsprechende Code ist noch nicht geschrieben. Wir reden hier über Konzepte, über Spezifikationen, die gerade erst am Entstehen sind. Das, was ich euch jetzt zeigen werde, ist ein Blick in die Zukunft. Kann es sein, dass das nicht in C Sharp 12 kommt, sondern vielleicht erst in 13, vielleicht erst komplett gestrichen wird und wir es nie sehen werden? Ja, das kann definitiv sein. Aber hey, deswegen kommt man doch zu einer Konferenz, oder? Dass man einen möglichen Blick in die Zukunft sieht, nicht nur das, was eh schon in der Box ist. Das kann man ja überall nachlesen. Und eine mögliche Zukunft, die mit genau dem zu tun hat, was wir hier gerade besprochen haben, sind Roles and Extensions. Das ist etwas, was uns als C Sharp EntwicklerInnen vielleicht noch ein wenig ungewöhnlich erscheinen wird, wenn man aus einer anderen Sprache kommt. Wie beispielsweise Rust ist sehr viel von dem relativ natürlich. Schauen wir es uns mal an. Extensions, das ist das Erste, was wir uns ansehen. Extensions sind eine neue, verbesserte Form von Extension Methods in C Sharp. Schaut euch bitte diesen Beispielcode an. Ich zoome rein, damit ihr den wirklich gut lesen könnt. Dieses Beispiel ist aus der Spezifikation übernommen und ich werde mein Möglichstes tun, dass ihn alle verstehen. Schaut euch bitte dieses Objekt hier an. Das ist ein ganz typisches Objekt, wie man es in Business-Applikationen, die erweiterbar sind, häufig findet. Es ist ein allgemeines Data-Objekt, das intern zum Beispiel in einem Dictionary of String and Object einfach irgendwelche Werte speichert. Ihr seht hier, dieses Data-Objekt hat eine ID, einen Primary Key, aber die eigentlichen Spalten, seht ihr das, die werden über hier einen Indexer aufgerufen. Jede Spalte hat einen Namen, intern gibt es irgendein Dictionary und dann kann man dann so ein Data-Objekt zurückbekommen. Das heißt, das Data-Objekt kann selbst wieder ein Data-Objekt sein, ähnlich wie in JSON. Man kann aber auch die String-Repräsentation abfragen und sollte es sich bei dem Data-Objekt um ein Array handelt, kann man mit asEnumerable durch dieses Data-Objekt iterieren. Also wir haben hier eine schwach typisierte Datenstruktur, wie man sie in, wie gesagt, konfigurierbaren, zur Laufzeit anpassbaren Applikationen sehr häufig findet. Einfach Key-Value-Pairs, das speichern wir intern. Wenn wir jetzt beispielsweise zu so einem Data-Objekt im nächsten Schritt JSON-Funktionen hinzufügen möchten, um beispielsweise dieses Ding in JSON umwandeln zu können und wir möchten aber nicht hart kodieren, dass Data-Objekt über JSON Bescheid weiß, sondern wir möchten hier eine Trennung vornehmen. Oben ist das Data-Objekt und drunter, ich nehme es jetzt mal in grün her, haben wir unsere Implementierung der JSON-Funktionalität dieses Data-Objects. Dann würden wir Stand heute auf die vorher gezeigten Extension-Methods zugreifen. Das ist ja genau das, was C-Sharp auch macht, auch bei diesem ganzen Thema ESP.NET Core Minimal API. So und jetzt kommt der coole neue Teil. Ich denke, da nehmen wir jetzt Yellow, Gelb als Signalfarbe. Das ist jetzt dieser coole neue Teil. Beachtet mir bitte hier dieses neue Schlüsselwort Extension. Seht ihr das hier? Extension bedeutet, dass wir nicht eine Klasse schreiben. Wir schreiben auch kein Interface. Wir schreiben auch kein, was weiß der nicht, keine Struktur oder sowas, sondern wir fügen Funktionalität zum Data-Objekt hinzu. Daher nennen wir das Ganze Extension. Und jetzt achtet bitte darauf, dass wir hier in dieser Extension genauso die gleiche Methode drinnen haben, dieses ToJSON, wie wir es auch hier oben in der Data-Objekt-Extension haben. Aber der riesengroße Unterschied ist, dass wir jetzt in diesem ToJSON nicht mehr diese, Anführungszeichen, alte Schreibweise von der Extension-Methode brauchten, sondern wir können jetzt ganz normal verhalten zu einem Objekt hinzufügen und das Objekt selbst innerhalb der Methode mit NIS ansprechen. Das ging ja bisher nicht. Lasst mich kurz zurückkehren zu dem, was wir vor der Mittagspause schon begonnen haben. Das ist der hier. Da haben wir diese Services-Extensions gemacht. Seht ihr das? Ich muss das etwas größer darstellen, damit ihr das besser seht. Wo sind die Services-Extensions? Da sind sie. Mein Bild kommt zur Seite und wir nehmen wieder das als Beispiel her. Schaut her, hier haben wir unser This-Parameter. Der macht das Ganze zu einer Extension-Methode und innerhalb der Methode greifen wir auf die Instanz, an der wir dranhängen, über diesen Parameter Services zu, weil wir ihn hier Services genannt haben. Wir könnten ihn Hansi nennen. Wenn wir wollen, es spielt keine Rolle. Es ist nicht This. Das ist das Besondere. Und diese Extensions, die hier geplant sind, ändern das. Die ändern das. Ich kann hier eine Instanz-Methode hinzufügen, so als wäre dieses Ding Teil des Data-Objects und ich brauche diese alte Schreibweise nicht mehr. Aber das ist nicht das Einzige. Durch Extensions soll es dann auch möglich werden, dass wir nicht nur Instanz-Methoden hinzufügen, sondern zum Beispiel auch statische Methoden. Auch das ist möglich. Wir können eine statische Methode zu einer Klasse hinzufügen, ohne dass diese Klasse etwas davon weiß. Das bedeutet auch, wenn wir jetzt an Minimal Web API beispielsweise denken, dass einerseits der rote Teil hier und der, was hatten wir, yellow, der gelbe Teil da unten in zwei getrennten Nougat-Paketen, in zwei getrennten Libraries leben können. Eine Library kann eine Erweiterung zu einer Klasse implementieren, ohne Extensions-Methods dafür zu brauchen. Das bringt das gesamte Konzept von Extensions-Methods auf eine syntaktisch vollkommen andere Ebene. Stellt euch mal vor, zwei, drei Jahre in der Zukunft, diese Extensions sind etabliert und ihr lernt, neue EntwicklerInnen lernen sie schon ab. Glaubt ihr, dass die diese Syntax noch gut finden werden? Auf keinen Fall. Extensions sind eigentlich sehr natürlich, wenn man mal versteht, was diese Extension-Methods sind. Und wenn man sich vor Augen führt, wie wichtig Extension-Methods für supermoderne APIs, wie Minimal APIs sind, dann ist es eigentlich komisch, dass wir da so eine eigenartige Syntax drinnen haben, die schwer zu lernen. Das Konzept von Extensions ist recht simpel. Nimm eine bestehende Klasse und füge beliebige Member, Properties, Functions, statische Funktionen, füge beliebige Members hinzu. Das Einzige, was diese Extensions definitiv nicht machen können, ist, sie können keinen State hinzufügen. Also man kann keine Fields hinzufügen, die Daten speichern würden, denn dann bräuchten wir Vererbung. Wir fügen nur Funktionalität hinzu. Es ist streng genommen eigentlich nur so etwas Ähnliches wie eine partielle Klasse. Wir haben hier einen Teil des Verhaltens der Klasse und wir haben hier einen Teil des Verhaltens der Klasse. Wie eine partielle Klasse, die ich auf mehrere Dateien aufteile. Nur an dieser Stelle haben wir den Riesenvorteil, dass wir die Erweiterungen in eigene Nougat-Pakete oder Libraries oder Namespaces rausziehen können. Und wie gesagt, das bringt dieses ganze Konzept der Erweiterungen, der Erweiterungsmethoden, auf eine ganz andere Ebene. Und viel von dem, was man heute unschön schreiben kann, wird man dann in Zukunft sehr natürlich schreiben. Und das reflektiert die Tatsache, wie moderne APIs heute gebaut sind. Wird das definitiv in C Sharp 12 kommen? Das kann ich euch nicht versprechen. Ist es Stand heute unter C Sharp V Next geplant, dass es in absehbarer Zeit kommt? Ja. Aber ob es reinkommt, das weiß ich nicht. Das wird sich zeigen. Ich weiß nicht mal, ob es bei Microsoft so eine endgültige Entscheidung getroffen wurde, was in C Sharp 12 reinkommt und was nicht. Kann ich nicht sagen. Es wurde auch bei C Sharp 11, da wurden Teile schon groß angekündigt und dann wurden sie im Laufe der Entwicklung rausgeschmissen. Gleichzeitig wurden andere Dinge dazugenommen. Also wir wissen heute nicht, was bis in November noch alles passieren wird. Also das ist das erste Konzept der Extensions. Bevor wir zu den Roles gehen, habe ich das ausreichend gut erklärt. Gibt es Fragen zu dem Thema der Extensions? Ha, der Markus fragt gleich, funktioniert das dann auch mit IData Object? Also kann ich Erweiterungen auf ein Interface setzen? Ja, grundsätzlich schon. Aber mit Interfaces kommen wir dann noch auf eine weitere Sache. Die wird nämlich noch super spannend, habe ein wenig Geduld. Gut, also grundsätzlich ja, Extension Methods funktionieren auf Interfaces. Also ich sehe im Moment keinen Grund, warum Extensions nicht auf Interfaces funktionieren sollten. Aber mit Interfaces kommt noch was dazu. Habe noch einen kurzen Moment Geduld. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema der Interfaces zu sprechen. Jetzt schauen wir zum nächsten Thema und das sind die Roles. Die Roles sind sowas ähnliches wie Extensions. Allerdings geht es jetzt nicht darum, dass wir zur bestehenden Sammlung aller Methoden noch Dinge hinzufügen, sondern wir wollen sehr selektiv quasi einen Wrapper bauen und die Funktionalitäten der zugrunde liegenden Klasse in einer anderen Art und Weise nach außen transportieren. Schaut euch bitte, schaut euch einfach dieses Beispiel an. Ich denke, Microsoft hat hier ein sehr gutes Beispiel in die Spezifikation reingeschrieben. Sehr aussagekräftig und deshalb ist es auch sehr leicht an dieser Stelle das zu erklären. Hier seht ihr die Klasse. Erinnert euch, das war die ursprüngliche Klasse. Das ist keine Extension, das ist die ganz normale Klasse. Und jetzt sagen wir, hey, es gibt über dieser allgemeinen Dictionary Key Value Pair Sammlung eine spezielle Rolle, die diese Klasse einnehmen kann. Wenn wir ein Data Object in der Hand haben, können wir zu diesem Data Object einfach mal Order sagen. Und dann können wir hier gewisse Funktionalitäten implementieren, die im Hintergrund auf diesem Data Object basieren. Seht ihr das hier? Wir verwenden den Indexer, den wir vorher gerade gesehen haben, damit wir uns hier gewisse, in diesem Fall State Elemente, Customer Description und so weiter, herausholen aus der zugrunde liegenden Data Object Klasse. Und das bieten wir dann nach außen über streng typisierte Properties an. Nämlich hier herüben seht ihr die streng typisierten Properties. Seht ihr das? Die Data Object Klasse kann also eine Rolle übernehmen und dann kann ich nicht mehr auf die zugrunde liegenden Dinge zugreifen, sondern ich habe eine ganz eigene Sicht auf dieses Data Object. Man kann es, ich bin ein alter Datenbankentwickler, muss ich zugeben, man kann es für mich ein wenig erklären wie eine View. Eine View auf eine Tabelle, so ungefähr kann man sich das vorstellen. Und da seht ihr dann eine andere Rolle. Seht ihr das hier? In diesem Fall hat das Data Object die Rolle Customer und greift hier auf andere Key Value Pairs zu. Seht ihr das? Eine ganz wichtige Einschränkung ist wiederum, das zugrunde liegende Objekt darf nicht um neue Felder erweitert werden. Das heißt, das Memory Layout von Data Object und Order ist ident. Das bedeutet auch, dass wir Data Object auf Order konvertieren können, casten können und das ist zur Laufzeit keine Arbeit. Das bekommen wir gratis. Denn das Memory Layout sieht exakt gleich aus. Es darf nichts dazu kommen. Verwechselt mir das bitte nicht mit Vererbung. Bei Vererbung können wir ja zusätzliche Dinge, zusätzlichen State hinzufügen und dadurch können wir nicht einfach konvertieren. Wir können nur in eine Richtung konvertieren. Wir können die abgeleitete Klasse auf eine Referenz der Basisklasse konvertieren. Denn die sind kompatibel, aber nicht umgekehrt. Bei Roles und zugrunde liegenden Klassen ist die ganze Sache anders. Die Roles sind ja vom internen, ich wiederhole mich, Memory Management Ident, insofern ist die Konvertierung zur Laufzeit frei. Frei möglich, überhaupt kein Problem. Ja, das ist eine Role im Vergleich zur Extension. Also hier möchten wir eine Sicht, eine View auf dieses Objekt implementieren. Hier hast du ein Beispiel, das vielleicht auch auf die Frage von Maurice losgeht. Hier hast du eine Methode, Load Customers, die könnten zum Beispiel Customer losgeben, siehst du. Und dann könnt ihr hier einfach, das zieht sich dann durch, auch mit IEnumerable einfach auf die entsprechenden Properties zugreifen. Schaut her, hier Name oder Description, da haben wir das drinnen. Ich glaube, Customer war es Name und Address. Und da unten haben wir dann ebenfalls Name und im Customer drinnen. Ah, umgekehrt. Customers, die haben Orders. So was, Entschuldigung, ich habe mein eigenes Beispiel nicht mehr im Kopf. Hier, Orders ist ein IEnumerable. Da kommen dann ebenfalls Data Objects zurück, aber dieses Mal mit der Role Order. Und dann können wir hier ganz normal auf die Order Description zugreifen, denn in dieser Role hier oben haben wir genau diese Description drinnen. Ja? Haha. Und ihr fragt genau die richtigen Fragen. Ja, können wir damit auch Interfaces implementieren? Und ja. Und das ist genau der Grund, warum dieses ganze Getöns überhaupt gemacht wird. Denn das ist jetzt die wirkliche Revolution an der Angelegenheit. Jetzt wird es wirklich cool. Denn jetzt können wir hergehen und wir können Interfaces definieren. Seht ihr das hier? Interface I Person. Und dann können wir eine Role anlegen. Seht ihr das? Die basiert grundsätzlich auf der Klasse Data Object und kann dann, ohne dass das Data Object darüber Bescheid weiß, ein Interface implementieren. Und das Gleiche gilt auch mit Extensions. Ich kann also in diesem Fall eine Klasse nehmen. Also in diesem Fall ist es sogar noch ein Schrittchen weiter. Customer ist bereits eine Role über das Data Object. Und dann kann ich über die Role eine Extension drüberlegen, wo wiederum in diesem Fall ein Property hinzugefügt wird. Und durch das Hinzufügen dieses Properties wird das Ganze dann kompatibel mit I Person. Und plötzlich haben wir durch dieses Konstrukt aus Role, Extension, Interface und Klasse eine Kompatibilität zwischen I Person und Data Object hergestellt. Data Object muss nicht mehr I Person im Allgemeinen implementieren, sondern von außen in einem eigenen Library, in einem eigenen Nougat-Paket kann ich entsprechende Extensions und Roles hinzufügen. Und dadurch die Bedingungen des Interfaces implementieren. Und wenn du jetzt nochmal dir vor Augen führst, dass wir diese Dinge auch auf Interfaces drauflegen können, dann wird es wirklich, wirklich interessant. Das ist das, was wir in, ich hoffe, dass die Sharp das auch implementieren wird, das ist das, was man aus Rust vielleicht kennt, falls ihr schon Rust programmiert habt. Dort ist es möglich, dass ein Trait, das ist das Wort für Interface in Rust, dass ein Trait etwas implementiert und dadurch einen anderen Trait, ein anderes Interface wiederum kompatibel mit einem in der Abstraktion höher liegenden Interface macht. Also diese Extensions sind, die bringen in Verbindung mit den Interfaces dieses Konzept der Extension Methods auf eine ganz andere Ebene. Damit allen das Glas klar ist, ich gehe nochmal kurz hier zurück zu meinem Code Beispiel. Was ich Stand heute nicht tun kann, ist durch hinzufügen einer Extension Methode zu einer Klasse oder einem Interface, diese Klasse oder dieses Interface kompatibel mit einem anderen Interface zu machen. Das geht nicht. Die Extension Method ist nicht in der Lage, das auszudrücken. Und genau das werden die Extensions und oder die Roles können. Also ihr seht, dieses relativ alte Konzept der Extension Methods wird enorm aufgewertet durch genau diese beiden Konzepte. Sie sind technisch gesehen, wenn man die Spezifikation von vorne bis hinten liest, an sich nichts, was an den Grundfesten der Common Language Runtime oder von .NET irgendwie rüttelt. Es ist etwas, was rein die Sprache C-Sharp, das ist wieder durch so eine Art Syntaktik Sugar, was rein die Sprache C-Sharp implementieren kann. Es mag schon sein, dass es da oder dort kleinere Dinge gibt, aber der Großteil der Arbeit wird in der Sprache C-Sharp implementiert werden. Also im Compiler. So, jetzt habe ich euch Roles und Extensions mal gezeigt. Habt ihr noch Fragen dazu? Das ist cool, oder? Sehr cool. Also ich bin begeistert davon. Ich freue mich schon, wenn das kommen wird. Das wird wieder mal so etwas wirklich Großes sein, wo man darüber nachdenken muss. Oh, wie baue ich das jetzt in meine Typ-Systeme ein? Das wird wirklich spannend, wenn das da ist. Spitze. Ausgezeichnet. Ich höre sonst keine Fragen mehr. Das heißt, wir können dieses Thema abschließen. Extension Methods done. Bilderpetter werden wir nochmal zurückkommen. Das ist wunderbar. Das ist wunderbar. Genauso wollen wir das haben. Jetzt können wir natürlich zu unseren Services auch noch weitere Applikationsdienste hinzufügen. Und das ist jetzt etwas, da müssen wir an dieser Stelle einfach nur, ja, für mein Beispiel, müssen wir ein paar kleinere Dateien rein kopieren. Und wir schauen uns das jetzt anhand von einigen Beispielen. Das ist jetzt nicht wahnsinnig neu. Das ist eine Wiederholung. Das ist bei einem Workshop. Tun wir das auch, dass wir ein klein wenig üben. Die etwas neueren Dinge, die kommen dann gleich. Okay. Ich habe jetzt verschiedene Applikationsdienste. Jetzt muss ich euch kurz erzählen, was unsere API eigentlich kann. Und das zeige ich euch am besten anhand von dem vorgefertigten Beispiel. Bitte noch nicht mitmachen. Ich zeige euch das ganz kurz. Das ist das Beispiel, das ich für euch vorbereitet habe. Und das werde ich jetzt kurz mal starten bei mir. Eine Sekunde Geduld. So. Läuft. Ist gut. Dann gehen wir zu den Requests. Und was wir jetzt an dieser Stelle tun können, ist, wir können, das sehen wir hier, aus einer Reihe von Settings, hier, können wir eine Bild-Url erzeugen. Seht ihr? Da kommt eine Url raus. Und wenn wir jetzt auf diese Url zum Beispiel dann draufklicken, dann kommt, juhu, ein generiertes Bild zurück. Seht ihr das ja? Stell dir mal zur Seite. Und den können wir jetzt anpassen. Wir können sagen, ah, der Hammer gefällt uns nicht, den geben wir weg. Und dann rufen wir den auf und dann nehmen wir das neue Bild und seht ihr, jetzt hat er keinen Hammer mehr. Und da können wir dann verschiedene Dinge implementieren. Denn wir können ein zufälliges Image erzeugen, indem wir hier so einfach mit Random ein paar Settings erzeugen. Und dann können wir uns genau mit diesen Random Dingen wieder ein Bild erzeugen. Und jedes Mal, wenn wir es durchklicken, bekommen wir etwas Zufälliges raus. Oder wenn wir eine unglückliche Schildkröte haben wollen, dann machen wir das so, machen wir das so und dann schauen wir uns den an. Und naja, der sieht jetzt gar nicht so unglücklich aus, würde ich sagen, oder? Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe mit den Settings hier. Aber das können wir uns ja dann gleich ansehen. Also im Wesentlichen können wir uns diese Schildkröte so konfigurieren, wie wir es haben wollen. Wir können hier im Extremfall mal diese Victory Hand wegnehmen. Ich glaube, das heißt NoHand. Wartet mal, sonst muss ich nachsehen. Ja, NoHand hat es geheißen. Und seht ihr, jetzt hat er keine Hand mehr. Okay, ist halt einfach so. Das wird unsere API. Die wollen wir bauen. Und ihr könnt euch jetzt vorstellen, dass wir für eine solche API einige interne Dienste brauchen. Wir brauchen interne Dienste, die uns beispielsweise das Erstellen von dem Link übernehmen. Das soll ein geschützter Link sein. Der soll verschlüsselt sein, damit man da nicht so leicht reinschauen kann. Wir wollen beispielsweise die Bilder, die wir da drinnen verwenden, die möchten wir gerne einmal in den Hauptspeicher laden, damit wir sie schneller wieder zusammenstellen können. Wir möchten gerne das Ganze elegant in ein PNG-File umwandeln. Das möchten wir gerne skalieren können. Also wir brauchen hier verschiedene Applikationsdienste, wenn man so will. Und genau diese Dienste hängen wir ebenfalls über unser Bilderpattern zu den Services hinzu. Und da sehen wir, was im Endeffekt mit diesen Methoden im Hintergrund passiert. Wir verwenden die vorher schon angesprochenen Methoden AddSingleton, AddTransient und AddScoped. Und genau das werden wir jetzt kurz mal durchüben, damit wir sehen, wie das alles funktioniert. Dafür habe ich euch jetzt einige Dateien zusammengestellt. Und jetzt muss ich euch kurz für fünf Minuten Ruhe lassen, denn ich bitte euch jetzt ein bisschen Code zu übernehmen. Und zwar, wenn ihr mitmachen wollt, dann braucht ihr jetzt diese Dateien. Alle, die irgendwas mit Image heißen, und ich werde sie natürlich mit euch durchgehen. Das heißt, für diejenigen von euch, die bei dieser Übung mitmachen, nehmt bitte aus meinem vorbereiteten GitHub-Repository diese fünf Dateien. Entweder ihr klont das ganze Repository auf euren Computer und macht einfach Drag-Drop. Das könnt ihr machen. Oder ihr geht jetzt einfach her, wenn ihr es nicht gesamt klonen wollt, dann geht ihr einfach her, öffnet eine Datei nach der anderen in GitHub, markiert alles, legt die entsprechende Datei bei euch an und kopiert das ganze Zeugs in euren Computer rein. In euer Projekt rein. Ich werde genau das gleiche machen und ich gebe euch ganz kurz die eine oder andere Minute, um genau das zu tun. Alle Dateien, die mit Image beginnen, alle fünf, die übernehmen wir bitte in unser Projekt. Ich werde das bei mir auch hier vorzeigen, damit ihr seht, wie das aussieht. Ich hole mir das Ganze in meinem Fall im Explorer her, weil ich das natürlich bei mir geklont habe. Dann nehme ich diese fünf Dateien, ziehe das einfach hier rüber, lasse das Ganze hier fallen und damit sollte euer Programm bereits erweitert sein. Und wie gesagt, alle, die das nicht klonen wollen, die kopieren einfach den Inhalt dieser fünf Dateien. Ah, okay, 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 Franz, ich habe das zu spät gesehen, sorry, aber ich habe schon gesehen, du hast es gefunden. Genau, ist im HackMD Workspace drinnen und falls noch jemand anderer dieses Repo nicht mehr zur Hand hat, das gebe ich euch sofort. Ich muss es nur bei mir auch nochmal öffnen. Das ist mein Repo, seht ihr, und da ist es drinnen, erstropig wie mein Name, Samples ist der Ordner und hier gibt es den Ordner SeeshawBuster23. Und hier möchte ich euch ein paar Dinge zeigen, die sind relativ klar, aber sie sind es wert, dass man in so einem Workshop vielleicht eine Viertelstunde darauf verbringt. Schauen wir uns als erstes die Klasse oder die Datei I, welche nehmen wir die I-Options-Protektor an. Die I-Options-Protektor, was soll die tun? Diese I-Options-Protektor soll unsere Urdl schützen. Darf ich euch das Szenario vielleicht nochmal kurz zeigen, indem ich hier auf meine fertige Lösung losgehe. Die werden wir jetzt dann gemeinsam gleich zusammenbauen. In diesem Fall sieht es so aus, wenn ich dieses Bild-Image-Urdl anklicke und hier verschiedene Optionen rein stelle, dann bekomme ich am Ende des Tages hier eine Image-Urdl. Seht ihr das hier? Das ist einfach eine generierte Urdl. Und hier in diesem Anwendungsszenario habe ich gesagt, diese Urdl soll eine limitierte Gültigkeit haben. Das heißt, die darf nur, sagen wir mal, 10 Minuten gültig sein. Länger darf diese Urdl nicht gültig sein, wenn man danach diese Urdl beispielsweise wieder aufruft, dann kommt einfach ein Fehler zurück. Das ist die Idee dahinter. Damit könnte man zum Beispiel verhindern, dass jemand direkt einen Link auf unsere Images permanent verwendet auf der Webseite, falls er diese Schildkröte so toll findet und dann uns überflutet mit Unmengen an HTTP-Requests, das wollen wir nicht. Wir wollen nur für 10 Minuten dieses Bild bereitstellen, das generierte Bild und danach muss man ein neues Bild erstellen beispielsweise. Das ist jetzt das Beispiel-Szenario, das ich mir hier ausgedacht habe. Und jetzt könnte man die entsprechende Urdl entweder mit irgendeiner Guid in einer Datenbank speichern, das will ich aber nicht. Man könnte es digital signieren, das will ich in diesem Fall auch nicht. Ich möchte einfach die entsprechende Urdl mit den notwendigen Zeiteinschränkungen und so weiter, die möchte ich verschlüsseln. Und hier seht ihr schon sehr schön, wie man bei diesem API-Development das Zusammenspiel aus Interface und Klasse wieder erstellt. Man erstellt ein Interface, das die entsprechenden Funktionen hier anbietet. I, ImageOptionProtector, so habe ich es genannt. Und dann gibt es die implementierende Klasse ImageOptionsProtector, die auf diesem Interface aufbaut. Die Implementierung selbst fällt wieder unter das Kapitel, das soll keine ASP.NET Core-Schulung sein. So viel erzähle ich euch. ASP.NET Core hat die sogenannte Data Protection API, die dpapi, mit eingebaut. Und das Verschlüsseln von Daten ist ein Einzeiler. Da sagt man genau Protect und übergibt ihm ein paar Bytes. Das Entschlüsseln ist gern Einzeiler. Man sagt genau hier Unprotect und übergibt wieder ein paar Bytes. Und das ist es. Mehr ist es nicht. Das ist alles, was man braucht, um in ASP.NET Core Daten zu verschlüsseln und zu entschlüsseln. Der Verschlüsselungsschlüssel, den habe ich mir jetzt mal ganz, ganz leicht gemacht. Der liegt in diesem Fall überhaupt nichts. Der liegt in Memory. Wenn man einen Webfarm hat, wie zum Beispiel in der Cloud, dann könnte man diesen Verschlüsselungsschlüssel zum Beispiel in Azure Key Vault speichern oder in anderen Mechanismen, über die ich jetzt nicht weiter reden will. Es geht überhaupt nicht um die Implementierung von diesen beiden Methoden. Ich möchte nur, dass euch das Businessmodell, das Szenario hier klar wird. Es ist gar nicht so weit hergeholt. So etwas Ähnliches sehe ich öfter in Applikationen. Wichtig ist mir hier die Trennung zwischen Interface und Klasse. Die ist insofern wichtig, weil wir diesen iOptions Protector in unseren Minimal API, da drinnen im Minimal API, wenn wir die Händler Methoden schreiben, da drinnen, da möchten wir nur auf das Interface zugreifen. Das ist die Idee von dieser Trennung mit Interface und Klasse. Und der hier verwendet wieder andere Services, die im Hintergrund die eigentliche Verschlüsselung machen. Und woher kommt jetzt dieses Service wieder? Das kommt aus genau diesen vordefinierten Services, die wir da oben sehen. Zum Beispiel hier dieses Add Data Protection fügt laut Dokumentation von Microsoft ein iData Protection Provider hinzu. Und dieser iData Protection Provider wird dann von unserem Image Options Protector konsumiert. Dieser Image Options Protector wird genauso wie die API, die Microsoft bereitstellt, über ein Interface abstrahiert, damit wir über Unit Tests das Ganze schön testen können. Und dieser iImage Options Protector wird dann in unseren Händler Funktionen tatsächlich genutzt. Das ist die Grundidee dahinter. Und genau dieses Konzept ist jetzt überall so eingebaut. Wenn wir uns zum Beispiel hier diesen Image Component Cache ansehen, dann sehen wir hier, dieser Image Component Cache nutzt in diesem Fall Skia, Skia Sharp, das seht ihr hier, um die entsprechenden Basis Dateien, die natürlich, wenn ihr es bei euch ausprobieren wollt, die in meinem GitHub Repository liegen, ich zeige sie euch dann gleich, um die File für File für File laden zu können. Seht ihr? Da gibt es ein File.OpenRead und dann machen wir hier ein Skia Bitmap Decode. Gut, gleiches Prinzip. Wir gehen hierher und sagen, es gibt ein Interface, iImageComponentCache und der ImageComponentCache implementiert das Ganze dann. Gleiches Prinzip. Oder der ImageRenderer, schauen wir uns in dem an. Der ImageRenderer ist eine Klasse, die im Hintergrund bereits den iImageComponentCache verwendet. Könnt ihr euch erinnern? Das war der, den wir genau gerade jetzt angesehen haben. Hier, ImageComponentCache. Da ist er. Aber den iImageComponentCache, das ist der, den wir hier verwenden. Da seht ihr das Interface dazu. Das ist die Abstraktion drüber. Und der wird wieder veröffentlicht über den iImageRenderer. Und damit können wir auch den wieder, den ImageRenderer, den können wir dann dynamisch zur Laufzeit bei Unitests entsprechend mocken. Das ist die ganze Idee dahinter. Wenn euch das eigentliche Zusammenbauen des Bildes interessiert, dann seht ihr hier den notwendigen Code, der ist sehr, sehr einfach. Ich erstelle eine neue zweidimensionale Grafik, die hat einen transparenten Hintergrund und je nachdem, welche Optionen gewählt sind, seht ihr das, zeichne ich dann einfach verschiedene Bitmaps auf diesen Canvas drauf und am Ende packe ich das Ganze in ein einheitliches PNG-File. Also das Keyasharp ist wirklich sehr, sehr angenehm zu entwickeln. Alles, was ich tun musste, ist diese Images herzustellen. Seht ihr, ich habe ein Base-Image, das ist eine Schildkröte ohne alles und dann haben wir hier ein paar Augen und noch ein paar Augen, also nur ein ein Auge, ein geschlossenes Auge, ein offenes Auge, da haben wir den Hammer, da haben wir den Mund, seht ihr das, so habe ich das zusammengebaut. Das sind lauter einzelne kleine Teile und so sieht das aus und da ist unser Hammer beispielsweise. Und die können wir jetzt beliebig übereinander legen und genau das macht diese API, die ich euch hier gezeigt habe. Aber wieder, das soll keine Schulung ins Keyasharp sein. Was ich hier möchte, ist in einem nicht trivialen Beispiel euch zeigen, wie diese verschiedenen Applikations-Services über Interfaces alle wegabstrahiert werden. Und jetzt kehren wir zurück zu dem, was wir eigentlich tun wollen, nämlich im Program über das Builder-Pattern jetzt wirklich unsere Applikation fertig zusammenbauen. Wir können entweder hier direkt weiterschreiben oder ich werde ein neues Builder.Services beginnen, Builder.Services und dann fügen wir jetzt die verschiedenen Applikations-Services hinzu, abhängig davon, was sie brauchen, ob sie ein Singleton sind oder Transient oder so weiter. Add Singleton ist das erste, was wir brauchen und da brauchen wir den iImage-Protector. Das ist der erste, den wir brauchen und der wird implementiert durch den Image-Options-Protector. Genau. Und der nächste, den wir haben, das ist ein Add-Transient, das ist der hier, das wäre der iImage-Option-Builder. Das ist der hier. Und der wird implementiert durch den Image-Option-Builder. Und wenn ihr keine Lust habt, diese Zeilen jetzt alle zu schreiben, so wie es mir geht, dann geht ihr einfach auf mein GitHub-Repository, auf die zuvor genannte Program-CS-Datei und fügt einfach diese Dinge hinzu. Und dann seht ihr, wie genau das, wie das genau funktioniert. Die eigentlichen Minimal-API-Händler-Funktionen da unten, die sollen alle diese Business-Logiken, Verschlüsselung, Zugriff auf Datenbank, in unserem Fall Dateien, die Business-Logik, das Zeichnen des gesamten Bildes und ähnliche Dinge, die sollen die überhaupt nicht zu Gesicht bekommen. Und nur das Letzte hier, das ist etwas, was ich nicht selbst, nur zum Teil selbst geschrieben habe, das ist nämlich jetzt der Einstieg von Fluent-Validation. Die oberen haben wir ja schon besprochen. Und das ist der Einstieg von Fluent-Validation. Das finden wir hier im Image-Options, damit ihr seht, wie das funktioniert. Da schreibt man sich einfach eine Klasse, die leitet ab von Abstract-Validator. Da fügt man die entsprechenden Regeln hinzu. Seht ihr das hier? So macht man das. Und im Program-CS sagt man, der Validator für Image-Options ist der Image-Option-Validator. Auch das ist wieder über Dependency-Injection, über Interfaces komplett weg abstrahiert, damit wir auch den Unit testen können. Und alle diese Dinge werden über das Bilder-Pattern zusammengefügt. Hätten wir diese Services alle auch hinter so einer einzelnen hübschen Funktion, wie wir es vorher gemacht haben, verstecken können, ja, könnten wir tun. Wenn es eine größere Applikation ist und wir hier viele, viele Dutzend dieser Zeilen hätten, dann würde es Sinn machen, auch dafür entsprechende Hilfsfunktionen zu bauen. Das Prinzip ist immer wieder das Gleiche. Immer wieder das Gleiche. Extension Methods, Interfaces, Implementierung. Wer das Programm bei sich dann wirklich im Endeffekt ausführen können will, der müsste sich die ganzen Bilder, die in dem Images-Folder hier drinnen sind, in sein Projekt mit reinkopieren. Das heißt, an dieser Stelle, ich zeige es euch kurz, das ist optional. Wenn ihr mir glaubt, dass es funktioniert, dann müsst ihr das nicht selbst tun, aber ihr könnt diesen Ordner da einfach mit rübernehmen, genau hier, da mache ich Copy Folder, dann haben wir da die Images drinnen, seht ihr das? Die hier sind alle für euch vorbereitet, müsst ihr nicht tun, könnt ihr tun, wenn ihr neugierig seid, wenn ihr herzeigen wollt, was wir im Workshop gemacht haben, dann könnt ihr das reinkopieren und kleine Notiz am Rande, natürlich habe ich das hier an dieser Stelle zum Projekt hinzugefügt, seht ihr das? Da ist ein Copy to Output Directory drinnen. Schön. Sollte euch diese Art der Entwicklung gefallen und ihr mehr aus der guten alten Vintage WinForms WPF-Ecke kommen, selbstverständlich kann man auf diese Art und Weise auch Desktop-Applikationen entwickeln. Es gibt den sogenannten Generic Host, der kann ziemlich genau das gleiche wie die Web-Application, aber ist gut geeignet dafür, dass man Desktop-Applications baut. Also es geht ganz genauso, spricht überhaupt nichts dagegen. Okay, wenn ich jetzt keine Hilfeschrei mehr höre im Chat oder ein panisches Winken im Raum, dann werden wir die nächsten Schritte in unserer Applikation gehen. Wir haben nämlich jetzt hier das gesamte Dependency Injection Zeugs fertig gemacht, das ist jetzt in Ordnung und jetzt können wir hergehen und wir bauen jetzt die eigentliche Middleware und auch da werden wir einige Bekannte sehen, die wir bisher schon kennengelernt haben, aber wir sehen dieses Builder Pattern ist wieder genau das gleiche und die Extension Methods sind wieder genau das gleiche und wir nehmen mit, wie wichtig diese Konzepte bei modernen APIs sind. Ich werde es bei mir so machen, dass ich hier eine Region mache, Setup Dependency, Setup Dependencies, das ist gut und hier unten mache ich mir ein End Region. Das ist aber euch überlassen, ob ihr das mögt. Ich mag das gerne, wenn ich meinen Code so in Abschnitte untergliedere, den ich dann ein- und ausblenden kann, wie immer ihr das machen möchtet, haltet das bitte so wie ihr es gerne hättet. Jetzt setzen wir das eigentliche App Objekt auf und auch hier verwenden wir wieder das Builder Pattern. Wenn wir uns nämlich dieses App ansehen, dann sehen wir uns, dass dieses App hier eine Web-Application ist, seht ihr das? Und jetzt verwenden wir eine Methode, die heißt zum Beispiel UseCourse, die hier. Diese UseCourse-Methode ist, es ist eigentlich keine Überraschung, eine Methode, die auf einem Interface implementiert ist. Seht ihr das Muster und das will ich, dass ihr mitnehmt, wie wichtig dieses Muster ist in dieser Minimal Web API und generell bei den Web APIs, da sind wir jetzt gar nicht mehr bei den reinen Minimal Web APIs. Wir haben wieder Extension Methods auf die Interfaces. Wenn ich also hier auf dieses UseCourse gehe, dann werden wir feststellen, dass das wiederum eine Extension Method ist. Und da sehen wir die langfristige Strategie durch diese Extensions und diese Roles, die ich euch vorher gezeigt habe. Das ist der Grund, warum Microsoft in diesen Bereich investiert, weil das omnipräsent ist, diese Lösung. Und dann geben wir auch gleich Swagger und wir geben gleich Swagger UI hinzu. Das hier, für die, die nicht so viel Erfahrung haben mit Web-Entwicklung, sind sogenannte Middlewares. Das heißt, jeder Web-Request, der hereingeht, geht als erstes durch die Course-Middleware durch. Wenn ihr nicht wisst, was Course ist, macht euch keinen Kopf. Das sind einfach verschiedene vorgefertigte Handler-Funktionen, die spezielle Web-Requests abhandeln, die etwas mit dem Course-Konzept zu tun haben. Da geht es um Web Security. Swagger und Swagger UI, da werden wir dann gleich sehen, dass wir ein hübsches User-Interface bekommen, in dem gleich alle unsere Minimal-APIs dokumentiert sind. Und auch der hier, UseSwagger, ist nichts anderes als ein Extension Method auf den iApplication-Builder. UseSwagger UI ist nichts anderes als ein Extension Method auf den iApplication-Builder. Ich glaube, ihr versteht schon das Prinzip, oder? Und dieses Prinzip wollen wir natürlich jetzt sofort wieder anwenden und wir wollen uns wieder eine eigene, so eine eigene Middleware bauen und dann werden wir sehen, dass das Erstellen so einer eigenen Middleware, die wir hier mit Use hinzufügen, eigentlich nichts anderes ist, als eine Extension-Methode zu diesem Interface, zu dieser Trägersubstanz hinzuzufügen. Das ist es, was wir hier üben wollen. Machen wir das. Machen wir das noch einmal gemeinsam, zum letzten Mal heute. Wir erstellen eine neue Datei, die nenne ich bei mir Application-Builder-Extensions-CS und die gibt es natürlich in meinem GitHub-Repository. Gibt es in meinem GitHub-Repository, ihr könnt sie einfach kopieren. Ich gebe sie euch kurz. Während ihr sie kopiert, erzähle ich euch kurz, was diese Methode macht. Diese Methode fügt ein Global Unhandled Exception Handling hinzu. Das ist die Art und Weise, was ihr hier seht, wie man Global Unhandled Exception Handling in Minimal API durchführt. Da verwendet man dann intern dieses Use Exception Handler und es ist wieder eine Extension-Methode auf den iApplication-Builder. Ich glaube mittlerweile langweilt ihr euch schon dabei und das ist mein Ziel. Ja, ich will euch langweilen, damit ihr wirklich verinnerlicht, wie die Struktur dieser APIs aussieht. Alles sind Extension-Methode basierend auf Interfaces, die als Trägersubstanz die Möglichkeit haben, dass beliebige Nougat-Pakete, beliebige Libraries hier entsprechende Erweiterungen hinzufügen, damit auf oberster Ebene das Zusammenstellen dieses Puzzles möglichst einfach wird. Ja, der Code da unten, das würde wieder gut passend sein für eine tiefere .NET Minimal API Schulung, die wir heute nicht haben. Glaubt mir einfach, der erkennt entsprechende Exceptions. Hier zum Beispiel, da gibt es das Exception Handling. Hier wird überprüft, ob eine Exception aufgetreten ist und wenn eine Exception aufgetreten ist, dann geben wir einfach einen 400er Fehler zurück und in der Praxis würden wir irgendwas loggen. Ja, das ist alles. Das ist gut so. Der Punkt ist hier diese Methode. Handle Exception. Wir haben wieder eine schöne Abstraktion geschaffen. Wir können jetzt zurückgehen auf unser Programm hier und hier einfach sagen, hey, handle eine Exception. Und zwar geben wir ihm hier, welche Exception gehandelt werden soll. In unserem Fall ist das die Invalid Image Option Exception, die hier Invalid Options Exception, wo ist sie denn? Da ist sie. Invalid Image Options Exception und hier geben wir in diesem Fall einen Bad Request zurück. Seht ihr? Das ist jetzt eine schöne API. Hier nutzen wir wieder genau das gleiche Prinzip, indem wir hier eine Erweiterung vornehmen und die Komplexität hinter dieser Extension Methode verstecken. Wieder seht ihr das Builder Pattern hier etwas subtiler. Hier heißt es nicht Bild, sondern wir sagen Middleware über Middleware über Middleware über Middleware über irgendwelche HTTP Requests. Unsere HTTP Requests gehen da so durch und jeder HTTP Request fließt in den ersten Handler, von dem in den zweiten Handler, von dem in den dritten Handler, von dem in den vierten Handler, von dem in den fünften Handler und irgendwann ist er wieder fertig und in grün fließt das Ergebnis dann wieder hinauf. Da wird die Exception gehandelt, da hinauf, da hinauf, da hinauf und dann kommt irgendwo ein Ergebnis wieder zurück. So sind diese Middlewares hier aufgebaut, so funktioniert das im Hintergrund. Aber hier sehen wir, dass die ganze Middleware Pipeline in Form dieses Builder Patterns aufgebaut wird. Hier konfigurieren wir die Dinge dazu, die wir haben wollen und am Ende des Tages sagen wir, Run und dieses Ding startet dann den eigentlichen Web-Server. Wir können es übrigens gleich mal ausprobieren. Wir starten unsere kleine App, das werde ich natürlich hier tun. Schauen wir, wie viele Fehler ich gemacht habe. Kann leicht sein, dass ich Fehler gemacht habe. Das kommt Hello World zurück, das ist ganz nett. Und wenn wir da mal ausprobieren und hier zum Beispiel Swagger aufrufen, dann sollten wir, oh ja, schaut mal, wir bekommen eine autogenerierte Web-API-Dokumentation, weil wir hier oben unser Use Swagger UI drinnen haben und weil wir richtigerweise hier in unserem Dependency Injection hier die notwendigen Dependencies, die notwendigen Applikations-Services hinterlegt haben. Das sieht gut aus, das ist genau das, was wir wollen. Im Moment haben wir zwar nur eine einzige Methode, die heißt Slash und da kommt im Moment nur 200 zurück. Wir können es auch ausprobieren. Da kommt einfach unser Hello World zurück, das seht ihr. Aber die wollen wir jetzt aufbauen. Jetzt haben wir die ganze Zeit drumherum haben wir jetzt fertig gebaut. Jetzt können wir uns auf die eigentlichen Handler konzentrieren. Ich werde bei mir wieder eine kleine Region auflegen. Das nenne ich mal Configure Middleware. Und das klappe ich wieder zu, denn das sieht ganz gut aus. Und hier kommen jetzt die eigentlichen Implementierungen rein. Und dann werden wir noch ein paar Dinge entdecken. Da gibt es eine Frage von Franz. Da bei der Minimal API der Web Application Builder genutzt wird, um Services zu implementieren, nehme ich an, dass auch der Weg der Nutzung eines Injection Containers der gleiche. Das ist der gleiche Mechanismus. Also wenn du den schon kennst, da brauchst du beim Minimal API nichts umlernen. Das ist genau der gleiche Mechanismus. Das ist genau das gleiche. Ja, aber Dinge wie beispielsweise Swagger und Co. funktionieren anders. Das wirst du gleich sehen. Wirst du gleich sehen. Da ist es tatsächlich anders. Okay. Wenn ich keine Beschwerde oder irgendwelche Rückfragen bekomme, dann würde ich sagen, wir trauen uns mal die erste Web API Methode zu. Die erste Web API Methode, das ist die hier. Ich zeige sie euch. Die findet ihr im Beispielcode auf der Zeile 42 bis 68. Was ihr noch zusätzlich braucht, damit das Zeug es kompiliert, sind die letzten paar Zeilen ganz, ganz unten in diesem Program.cs. Das ab Zeile 157. Da gibt es einen kleinen Record. Das ist ein DTO. Darüber haben wir schon gesprochen. Und ein sogenannter Endpoint Filter. Über den werden wir in einer Sekunde sprechen. Also ab Zeile 157, das müsst ihr auch noch dazu kopieren. Schauen wir uns das Ganze an. Schaut her. Das ist jetzt das Bild Image URL. Nochmal. Was macht das? Dem gebe ich verschiedene Settings. Also dem gebe ich an, hat unsere Schildkröte, soll unsere Schildkröte ein Auge haben. Soll es offen sein, geschlossen sein, sonst was. Soll unsere Schildkröte einen Hammer in der Hand haben. Soll unsere Schildkröte einen lachenden Mund, einen traurigen Mund haben. Was wollen wir in der rechten Hand haben. Soll die normal runterhängen. Soll die das Victory Zeichen machen. Soll der einen Schwanz drinnen haben, die Schildkröte hintendran. Ja oder nein. Das sind die Optionen, die wir hier mit übergeben können. Das ist das erste. Und dadurch, erinnert euch, was wir hatten. Dieses Map Post kriegt ja den Delegate. Und was wird dieser Delegate tun? Unconvention Based Routing. Schauen wir uns nochmal an, wie die das gemacht haben. Hier haben wir eine Route. Die hat keinen Route Parameter. Und hier kommt ein komplexer Datentyp rein. Das ist ein Record. Nochmal. Hier verwenden wir wieder einen Record als DTO. Dadurch weiß unsere Minimal API durch Analyse des Delegates, haben wir heute durchgearbeitet, dass an dieser Stelle der entsprechende Body, der die JSON-Payload aus dem Request, umgewandelt werden soll in eine Rekordinstanz namens Image Options. Dann haben wir hier noch verschiedene Services. Das erste Service, der HTTP-Request, ist ein Service, den ASP.NET eingebaut hat. Damit können wir nämlich auf die Details des Requests zugreifen, wie Frage, ist das HTTP oder HTTPS? Welcher Hostname ist da drinnen? Solche Dinge, auf die können wir da zugreifen. Und jetzt kommt das Wichtige. Hier sehen wir jetzt die Verbindung mit unseren Dependencies, die wir vorher gebaut haben. Und hier seht ihr sehr schön, dass dieser Delegate hier die entsprechende Business Logik komplett abgekapselt hat. Der hat keine Ahnung, wie beispielsweise die URL am Ende des Tages verschlüsselt werden soll. Das ist versteckt hinter genau diesem Interface. Und das können wir dann für Testing verwenden, um hier gemockte Services bereitzustellen. Die eigentliche Implementierung, und das sollte man auch tatsächlich genauso implementieren, ist einfach nur ein Call auf das entsprechende Interface, das wir hier reinbekommen haben. Das heißt, wir nehmen dieses Protector-Ding, das haben wir vorher angesehen, und da rufen wir die Protect-Methode auf. Und eigentlich bestehen diese Minimal-APIs in dieser Schicht nur aus drei Aktionen. Aktion Nummer 1, validiere die Eingabedaten. Aktion Nummer 2, rufe ein internes Service auf, um die Daten zu lesen, schreiben, verarbeiten, berechnen, was auch immer. Aktion Nummer 3, wandle das Ergebnis in eine über das Netzwerk übertragbare Form um. In diesem Fall geben wir einfach hier wiederum einen kleinen, kleinen Rekord zurück. Seht ihr das hier? Das ist nichts anderes als ein Rekord, wo wir den HTTP-Response-Code 201, nämlich created, zurückgeben. Das ist es, was wir an dieser Stelle tun. Ganz klar. Aber das alleine würde noch nicht einen C-Sharp-Workshop rechtfertigen. Jetzt kommen wieder die interessanten Dinge, wo wir sehen, wie Microsoft das Problem löst, dass wir für unsere Dokumentation in Swagger weitere Dinge, weitere Informationen hinzufügen müssen. Lasst mich dieses Ding mal kurz starten, damit ihr versteht, was da im Hintergrund abgeht. Ich starte das mal und wenn ich jetzt unseren Browser darüber bringe und hier mal dieses Swagger aufrufe, dann seht ihr, dass wir jetzt hier eine wunderschöne Beschreibung unserer API haben. Seht ihr das? Da steht eine Doku dabei. Seht ihr das hier? Bei den verschiedenen Parametern haben wir da eine schöne Beschreibung dabei. Ich kann da runterscrollen, der weiß, dass ein 201er zurückkommt, der hat hier eine Dokumentation dabei, der weiß, dass ein 400er zurückkommt, der hat da eine entsprechende Dokumentation dabei. Das ist irgendwie, muss es möglich geworden sein, dass wir hier die notwendigen Metainformationen hinzufügen. Ja und was haben wir? Extension Methods mit dem Bilderpattern. Ihr erkennt ein Muster, richtig? MapPost, wenn wir da zurückschauen, gibt zurück einen sogenannten Route Handler Builder. Und da gibt es hier zum Beispiel die Möglichkeit, dass wir einen Name mit angeben. Das ist der Name oder Summary, ist noch leichter zu erklären. Summary ist die Beschreibung der Web API, wie sie online dann erscheinen soll. Und da schauen wir doch gleich mal drauf, was das ist und dreimal dürft ihr raten, eine Extension Methode. Und da seht ihr sogar wieder dieses Wort Builder. Seht ihr das? Wieder verwendet man hier das neue Bilderpattern. In C-Sharp kennen das wahrscheinlich auch manche unter diesem Konzept der Fluent API. Das ist ein ähnliches Konzept, ein ähnliches Wort. Wir verwenden hier wieder ein Bilderpattern, in dem wir den API-Request nicht einfach nur durch den Händler repräsentieren, sondern wiederum durch Interfaces entkoppelt die Möglichkeit bieten, dass andere Teilnehmer, andere Nougat-Pakete, Libraries und so weiter, durch entsprechende Extension-Methoden hier weitere Dinge hinzufügen können, um beispielsweise zu diesem Delegate, denn darum geht es ja, das ist ja der Delegate, noch Dokumentation hinzuzufügen. Das ist es, was wir hier eigentlich tun. Wir fügen hier Dokumentation, Metadaten zu einem Delegate hinzu. Das macht man nicht, wenn wir an früher gedacht hätten. Wie hätte man das denn früher gemacht? Früher hätten wir, lasst mich das mal kurz schließen, in der guten alten objektorientierten Zeit, wir hätten nicht nur, sondern wir haben noch alle miteinander, ich darf hier ein wenig Code skizzieren, da haben wir eine Klasse geschrieben, das war MyController, die leitet von irgendwas ab und dann haben wir da irgendeine Methode drinnen gehabt, da haben wir hingeschrieben HTTP GET, bla 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 und dann haben wir da irgendwelche Dinge hingeschrieben wie PRODUCES, PRODUCES, bla 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 und wir haben noch viele weitere dieser Attribute da oben drauf geschrieben und irgendwann kam dann unsere, was weiß denn ich, unsere PUBLIC, ASYNC, bla bla bla, GET, bla 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 und so weiter. Das war die Art und Weise, wie wir das früher implementiert haben. Wieder schön objektorientiert, richtig? Wir hatten eine Klasse, wir haben gelernt, da verwenden wir Attribute und das schreiben wir da oben drüber und dann kriegen wir hier unsere eigentliche Methode und das sind die Metadaten und so weiter und so fort. Und das ist es, was ich euch in diesem Workshop eben weitergeben möchte. Von dem geht man bei der Minimal API, bei dieser modernen API geht man davon ab. Wir haben den Handler, den hat es früher auch gegeben, aber damals war er eine Methode in einer Klasse, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es eine Standalone Function, eine statische Funktion. Alles, was diese Funktion braucht, um State zu managen, denkt an den Cache, diesen hier, Image Component Cache, alles was dieser Handler braucht, um Logik zu implementieren, denkt an das Protecten, an das Verschlüsseln von irgendwelchen Optionen oder ähnliches, all das bekommt ihr über Dependency Injection hereingeschickt und alles weitere wird über dieses Bilderpattern dann zusammengebaut. Ja, so sieht das aus. Selbst das Validieren von unseren Eingangsdaten wird nicht mehr direkt hier in diese Handler-Methode reingeschrieben, sondern selbst das wird über ein Bilderpattern extern hinzugefügt. Das sind sogenannte Endpoint-Filter. Das sind Möglichkeiten, wie man auf einer Web-API gewisse Algorithmen vorschalten kann, um zum Beispiel zu prüfen, ob eine Methode aufgerufen, ob ein Handler aufgerufen werden darf, ob die Eingangsdaten in Ordnung sind und ähnliche Dinge. Selbst das wird schon nicht hier im Code angeführt, sondern über ein entsprechendes Bilderpattern optional hinzugefügt. Ihr müsst nicht jede Zeile da unten verstehen, genau wie das mit dem OpenAPI. Ich möchte nicht das zu einer reinen Web-API-Schulung machen. Ich möchte, dass ihr hier das Grundkonzept dieser API-Gestaltung zusammenbringt. Und so nebenbei entdecken wir natürlich schon noch was ganz Besonderes, eine neue Funktion hier drinnen. Seht ihr das hier? Aha, hat sich schon jemand von euch gefragt, was das Zeugs ist? Vielleicht habt ihr schon davon gehört, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Neue String-Konstanten hat C-Sharp bekommen. Es ist neu in C-Sharp 11, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt jetzt die Möglichkeit, dass man einen String mit drei Anführungszeichen beginnt und mit drei Anführungszeichen wieder endet. Es müssen übrigens nicht drei sein. Es können auch 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, so viele sein, wie ihr wollt. Es müssen nur vorne und hinten gleich viele sein. Lass mich das kurz zeigen. Der hier. Das ist alles okay. Können wir alles machen. Wisst ihr, wie viel die da sind? Die sind super praktisch. Schaut mal, was ich hier gemacht habe. Hier habe ich jetzt, ich kann es mal so darstellen. Seht ihr? Ich habe an dieser Stelle jetzt hier mehrere Zeilen Text reingeschrieben. Das ist nichts Besonderes. Das könnten wir mit einem Verbatim-String, mit dem Add-Zeichen auch machen. Aber das Besondere ist, dass wir jetzt mit diesen drei Anführungszeichen, diesen weißen Block da vorne, diese Leerzeichen da vorne, die werden rausgestrichen. Die ignoriert C-Shop. C-Shop sagt, du darfst hier mit den drei Anführungszeichen beliebigen Text einbetten und ich werde jeweils den Anfang der Zeile, bei all diesen Zeilen, werde ich ignorieren. Ich tue so, als wäre der nicht da. Das ist so, wie wenn wir schreiben würden. Lass mich das kurz zeigen. Nicht mitschreiben, bitte. Das ist so, wie wenn wir das so schreiben würden. Das untere ist der alte Verbatim-String. Da haben wir die Zeilenumbrüche drinnen, ganz normal. Und das obere, das ist der neue String. Viel schöner, oder? Wir müssen das nicht an den Rand kleben, hier auf der linken Seite, sondern wir können das schön einrücken und diese ganzen Einrückungen gehen nicht verloren. Streng genommen ist es sogar falsch, was ich gesagt habe. Das wäre eigentlich der korrekte Weg. Denn auch der erste Zeilenumbruch, lasst mich da mal reinzoomen, auch dieser erste Zeilenumbruch, den ihr hier seht, da in der ersten Zeile, wird ebenfalls ignoriert. Der String beginnt hier beim ersten Buchstaben der ersten Textzeile. Und wenn ihr euch das jetzt anseht, dann ist das da oben viel leichter und schöner zu lesen, als das da unten, ohne dass wir unnötige Zeilenumbrüche drinnen haben und unnötige Leerzeichen drinnen haben. Bei HTML ist das egal, weil der Browser das eh wegfiltern wird. Aber stellt euch vor, ihr baut einen Query-Builder, der ein Select-Statement zum Beispiel zusammenbaut. Dann ist das unschön, wenn da unnötige Leerzeichen drinnen sind. Wenn das in einem Log drinnen steht, dann ist das einfach keine schöne Sache. Das hier sind die neuen String-Literals von C-Sharp. Und kleiner Tipp, das Wichtige, wie weit löscht das weg bis zum Ende der Anführungszeichen? Das heißt, ihr könnt auch hier weiter einrücken, wenn ihr wollt. Das ist überhaupt kein Problem. Das Relevante ist, wo ist hier am Ende, wo sind hier die Anführungszeichen zu? Die sind es, die relevant sind. Alles, was da davor ist, ich darf das hier nochmal skizzieren, das hier, wird alles behandelt, als wäre es nicht da. Und dieser erste Zeilenumbruch von hier auf hier wird ebenfalls komplett ignoriert. Das ist jetzt keine super, super, super neue Funktion. Also das, was wir gesehen haben mit diesen Extensions und Roles und so, das ist viel, viel massiver. Aber trotzdem ist es eine nützliche, kleine Ergänzung. Kombinieren kann man es natürlich. Man kann es kombinieren mit dem Dollarzeichen. Falls ihr da irgendwelche Platzhalter drinnen haben wollt, das könnt ihr natürlich tun mit Variablen und solcher Dinge. Also man kann es mit dem Dollar-Operator, mit den Template-Strings kombinieren. Macht jetzt in diesem Fall keinen Sinn. Ich gebe es auch gleich wieder weg. Aber ich glaube, das Prinzip ist schon rübergekommen. Dann haben wir wieder unser kleines Bilder-Pattern hier entdeckt und haben es auch richtig eingebaut. Das ist schön. Wollen wir es ausprobieren? Also ich bin neugierig, ob es funktioniert. Start mal. Dann gehen wir hier rüber. Und ich habe mir das auch vorbereitet. Wo ist unser Figure Builder? Hier ist er und da sind meine Requests. Ah, das muss ein Post-Request sein. Das muss ein Post-Request sein. Das entsprechende Requests-File habt ihr natürlich auch in meinem GitHub-Repository. Da ist auch so ein Requests-File drinnen. Da habt ihr das alles dokumentiert. Das müsst ihr bei euch jetzt nicht ausführen. Ich möchte euch nur bei mir beweisen, dass das wirklich funktioniert. Falls ihr das zu Hause nochmal nachvollziehen wollt. Ja, das darf er überschreiben hier. Dann können wir das jetzt aufrufen und dann werdet ihr hoffentlich. Der Port ist bei mir ein anderer. Den muss ich ändern. 51, 47. 51, 47 ist der Port. Starte ich es nochmal. Falls ihr es zu Hause bei euch nachvollziehen wollt, dann möchte ich natürlich sicherstellen, dass der Code, den ich euch gebe, auch funktioniert. Und seht ihr, da haben wir jetzt unsere URL. Und in dieser URL ist drinnen der verschlüsselte Link. Und in diesem Link sind alle diese Parameter drinnen plus der Gültigkeitszeitraum. Und damit ist sichergestellt, dass dieser Link nur die nächsten, ich glaube es sind 10 Minuten oder so, nur die nächsten 10 Minuten funktioniert. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was ich implementiert habe. Das spielt auch keine Rolle, glaube ich, für das Prinzip. Aber Swagger funktioniert. Alles gut. Gibt es an dieser Stelle, bevor wir in den nächsten Teil einsteigen, schon oder noch Fragen? Gefällt euch diese Art zu programmieren? Schaut euch das nochmal an. Ist das hier etwas, wo ihr sagt, es ist eine rhetorische Frage. Ich erwarte in dieser großen Gruppe jetzt keine Antwort. Aber das ist die Frage, die ihr euch stellen solltet. Ist das eine Art zu programmieren, die ihr euch entgegenkommt? Sie ist auf jeden Fall anders. Sie ist für Rust-EntwicklerInnen, für Go-EntwicklerInnen, für TypeScript-EntwicklerInnen extrem üblich. Für C-Sharp-EntwicklerInnen, die sehr objektorientiert denken, die immer in diesen Attributen gedacht haben und denken, ist sie neu. Da ist dieses Builder-Pattern und diese Extension-Methoden, die sind neu. Etwas ungewohnt, das gebe ich zu. Sehr schön. Beschäftigen wir uns noch ein kleines bisschen mit diesem Builder-Pattern und schauen uns an, wie das implementiert ist. Und dafür habe ich wieder die nächsten Endpoints für euch bereitgestellt. Das ist die nächste Region. In meinem Beispiel-Code wäre das die Zeile 70 bis inklusive 108. Das sind ein paar ganz, ganz kleine Methoden. Also die sind wirklich, wirklich winzig. Ich wiederhole nochmal. Zeile 70, ich führe euch durch, bis Zeile 108. Zeile 70 bis Zeile 108. Fügen wir ein. Sollte problemlos funktionieren, wenn alles gut geht. Und hier möchte ich euch jetzt kurz zeigen, wie ich hier einen eigenen Bilder gebaut habe. Und den habe ich hier in dieser Klasse Image Options Bilder implementiert. Die Idee ist, dass ich euch nochmal vor Augen führen möchte, wie dieses Bilder-Pattern in C Sharp üblicherweise umgesetzt wird. Erinnert euch, unsere Image Options bestanden aus, hat dieses Tier Augen? Wenn ja, welche? Halb, offen, geschlossen oder offen. Hat dieses Tier diese Schildkröte einen Mund? Ja, nein, happy, unhappy, was auch immer. Hat dieses Ding eine rechte Hand? Wenn ja, welche? Hat dieses Ding einen Hammer in der Hand und hat dieses Ding einen Schwanz? Das ist es, was das ausmacht. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle für dieses einfache Beispiel den Bilder nochmal zeigen, wie der in diesem einfachen Beispiel gebaut würde. Schaut euch an. Wir haben hier eine Bilderklasse. Das hier. Eine Bilderklasse. Und diese Bilderklasse, wie ihr seht hier, beinhaltet hier ein paar Hilfsfunktionen, ein Hilfsfelder. Die sind jetzt nicht super wichtig für unseren Fall, aber die decken ab, was diese Schildkröte am Ende des Tages haben soll. Und dann haben wir hier einige Methoden, das sind so die grundlegenden Methoden, wie beispielsweise withEye, withHammer. Da sagt man dann quasi Bilder.withEye und dann sagt man in welcher Augen. Bilder.withHammer oder withoutHammer. Und die geben, achtet drauf, immer diesen Eye Image Options Bilder zurück. Seht ihr, wie das funktioniert? Der Bilder beinhaltet die grundlegendsten Funktionen, wo man die grundlegendste Konfiguration durchführen muss. Aber diese verschiedensten grundlegendsten Konfigurationsfunktionen geben nicht wieder den Image Option Bilder zurück, sondern Eye Image Options Bilder. Am Ende gibt es eine Bildmethode, die aus all diesen temporären Feldern hier am Ende des Tages das zusammenbauen, was wirklich wichtig für uns ist. Seht ihr? So, und was bringt mir jetzt diese Teilung in die Interfaces und diesen Image Options Bilder? Das bringt mir, dass ich jetzt beispielsweise hier einen eigenen Eye Image Options Bilder random bauen kann, der eine Erweiterungsmethode auf genau dieses Interface implementiert. Das heißt, dieser Bilder da oben, der bekommt jetzt plötzlich eine neue Methode, die Implementierung spielt keine Rolle und da kann ich einfach sagen .random und der verwendet dann die Basiskonfiguration da unten, um wirklich dieses Ding dann zu konfigurieren. Oder hier mit Happy sagen wir einfach Bilder.withEye open, withMouth happy und withRightHand victory. So kann ich mir die zugrunde liegenden Bilderfunktionen verwenden und einen darauf sitzenden Bilder als Extension Methode draufsetzen. Und natürlich könnte diese Extension Methode in einem eigenen Nougat Package daherkommen und dieser Extension Method könnte in einem eigenen Nougat Paket daherkommen. Und so habe ich ein Grundkonzept, ein komplex zu konfigurierendes Objekt unserer Image Options und das Zusammenbauen dieser Image Options kann ich jetzt auf mehrere Instanzen aufteilen. Das ist eine ganz typische Implementierung des Bilder Patterns. Man kann es noch komplexer machen, wenn es noch komplexere Strukturen gibt mit Abhängigkeiten und so weiter, aber im Wesentlichen ist es das. Und nach genau diesem Prinzip ist auch ASP.NET Core Minimal Web API aufgebaut. Und dann können wir in unserer Web API das wunderschön verwenden. Der Happy, das ist der Happy da unten, das ist der, der über die Extension Methode gemacht wurde, seht ihr das hier? Und zusätzlich hätten wir gerne noch einen Hammer dabei. Und der Sad, da bin ich direkt auf die zugrunde liegenden Methoden losgegangen. Immer mit dem Punkt Bild hinten, seht ihr das? Hier mit dem Punkt Bild hinten. Und der Random, der hier, der ruft einfach nur die Extension Methode auf mit dem Bild da hinten und wir sind fertig. Also hier sehen wir das Bilder Pattern außerhalb der Web API, um etwas Eigenes, unsere Image Options zusammenzustellen. So, ich lasse das noch kurz am Bildschirm, lasse es auf euch wirken, ihr könnt es gerne ausprobieren. Okay, da gibt es einen Hinweis. Ah, mehrere Hinweise. Okay, okay, okay. Die Art finde ich toll. Allerdings, wenn man mehrere APIs hat, wird die Datei, Program CS, nicht zu groß. Oh ja, Edi stellt diese Frage. Edi, du hast eine ganz, ganz wichtige Frage gestellt. Die Program CS ist natürlich nicht die Datei, wo alle diese Dinge dann drinnen versteckt sein sollten. Natürlich nicht. Überlegen wir nochmal kurz, wie diese MapGet-Methode aufgebaut ist. Das ist eine Erweiterungsfunktion auf das I-Endpoint-Route-Builder-Interface. Merken wir uns dieses Interface mal. Schau her, wir können jetzt folgendes tun. Bitte nicht mitprogrammieren. Das ist die Antwort auf die Frage vom Edi. Wir könnten jetzt hier eine eigene Methode machen. Und das sind die Predefined-Figure-Handlers. Und CS. Die erfinde ich jetzt mal. Die Predefined-Figure-Handler CS. Da drinnen packen wir eine Static-Class rein. Predefined-Figure-Handlers. Und diese Klasse ist statisch. Nicht vergessen, statisch. Und da sagen wir jetzt einfach, da machen wir eine kleine Methode. Eine Public-Methode. Die gibt zurück einen I-Endpoint-Route-Builder. Dann sagen wir hier, use Predefined-Figures. Die bekommt ein This-I-Endpoint-Route-Builder-App hier rein. Genau den hier. Das sieht schon mal gar nicht so schlecht. Ach, was mache ich denn? Hier, this vertippt habe ich mich. Sorry dafür. So, und jetzt können wir hergehen und einfach diese Dinge, die ich hier gerade angelegt habe, alle diese Dinge, die kopiere ich mir hier einfach raus und packe sie hier in diese Funktion rein. Check, check, check. Und wir geben natürlich Return-App zurück, damit auch andere weiterbauen können. So, und ach, statisch. Statisch natürlich ist eine Erweiterungsfunktion. Siehst du? Jetzt habe ich hier dieses ganze Aufsetzen von diesen paar Routes hier in eine eigene kleine Funktion eingebaut. Use Predefined-Figures. Und da gehe ich jetzt wieder zurück und jetzt kann ich es schöner machen. Wenn dir die Program-CS zu groß wird, naja, dann löschen wir das einfach raus. Nicht mitmachen. Und dann sagen wir App-Use-Predefined-Figures. Und gut ist es. Siehst du? Das könnten wir sogar auf das da oben mit drauf nehmen. Wir könnten dieses Use-Predefined-Figures einfach so hier dazuschreiben. Wir könnten sagen, naja, das ist der nächste Schritt. Siehst du das? Und jetzt haben wir eigentlich eine schöne... Ah, das Handle-Exception. Es gibt glaube ich das Falsche zurück. Aber da unten hatte ich den Fehler. Sorry dafür. Ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Edi, weißt du, wie ich meine? Dadurch kann ich meine Program-CS klein und fein halten. Ich strukturiere meine ganzen Map-Gads, die ich da drinnen habe, hier, in eigene statische Klassen. Und natürlich kann ich jetzt noch weitergehen. Ich kann sagen, das ist alles gut und schön, aber ich möchte gerne die Dinge nicht inline drinnen haben, sondern das mache ich wieder in Form von eigenen Methoden. Aber siehst du, wo es hinausläuft? Es sind nicht irgendwelche Klassen und sonstige Dinge. Es sind einfach Methoden über Methoden über Methoden und Delegates und Extension-Methoden. Und auf diese Art und Weise baut man sich das zusammen. Okay, ich bekomme Daumen hoch. Verstanden worden, das ist gut. Minimal API eher für kleinere APIs oder gibt es Best Practices, die du verlinken kannst, um den Code besser zu strukturieren? Ah, wunderbar, wunderbar. Ich freue mich über diese Frage. Danke, Maurice, für diese Frage. Es tut, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Ich habe eine gute Nachricht für euch, wenn ihr gerne selbst kreativ seid. Ich habe eine schlechte Nachricht für euch, wenn ihr euch erwartet, dass euch jemand anderer vorschreibt, wie ihr eure Applikation zu strukturieren habt. Ja, was meine ich damit? Was meine ich damit? Mit klassischem objektorientiertem Ansatz habt ihr wahrscheinlich gelernt, dass es einen Eigenordner für die Controller geben muss. Und da sind alle eure Controller drinnen. Und jeder Controller hat so, für jedes Thema habt ihr einen eigenen Controller. Und wenn das größer wird, dann habt ihr mehrere Controller. Und wenn ihr dann vielleicht MVC entwickelt, dann habt ihr einen Ordner Modal und dann habt ihr einen Ordner View. Das heißt, es gibt sehr viele Konzepte, die euch die Struktur eurer Anwendung vorgeben. Und jetzt plötzlich können wir unsere Methoden hinpacken, wo wir sie hinpacken wollen. Natürlich gibt es mittlerweile sehr, sehr viele, wie soll ich sagen, sehr, sehr viele Blogger, die einen Zwang verspüren, sofort Blogartikel zu schreiben, wie man diese Web APIs richtig strukturiert. Wisst ihr, wenn ihr mich fragt, es gibt kein richtig und falsch. Es gibt kein richtig und falsch. Das ist pro Projekt unterschiedlich. Ein kleines Projekt ist anders zu behandeln, als ein mittelgroßes Projekt ist anders zu behandeln, als ein ganz großes Projekt. Die Art der Projekte verändert sich. Etwas beginnt klein, wird größer, wird größer, wird größer. Es gibt Projekte, die sind sehr technisch, irgendeine Maschinensteuerung, IoT. Es gibt Projekte, die sind sehr Datenbanklastig, so mit Select, Insert, Update, Delete. Es gibt nicht den einen Weg, wie man es richtig definiert. Aber im Endeffekt könnt ihr eure Applikationen strukturieren in Ordner, in statische Klassen, wie immer ihr das möchtet. Was mir wichtig ist, ist, dass ihr immer für eure Schichten eine klare Trennung vorseht. Ich möchte nicht sehen, egal ob das jetzt in einer eigenen Methode ist wie hier oder in einem Program.cs, ich möchte nicht sehen, dass in der Handlerfunktion direkt ein Zugriff auf die Datenbank drinnen ist. Dafür sollte es eine Datenzugriffsschicht geben. Ob Entity Framework als Datenzugriffsschicht schon genug ist oder ob ihr dafür dazwischen, zwischen Entity Framework und eurer Händlerfunktion noch eine weitere Datenzugriffsschicht braucht, das weiß ich nicht. Das hängt von der Größe eures Projekts ab. Anders, ich möchte nicht in eurer Händlerfunktion irgendeine Businesslogik, irgendeine Mehrwertsteuerberechnung, was weiß ich was drinnen sehen. Das sollte in genau diesen Services drinnen sein, die wir über Dependency Injection hinzufügen. Das ist mir wichtig, denn dann habt ihr eine schöne Struktur, die das Ganze testbar macht. Ob ihr die Ordner so oder so nennt, ob ihr eure Methoden so oder so in Klassen zusammenfasst, ist mir eigentlich egal. Das ist mir nicht so wichtig. Aber definitiv, Maurice, eins kann ich dir mitgeben. Verstehe das Wort Minimal nicht falsch. Minimal API heißt nicht, dass es nur für kleine Projekte geht. Minimal API ist, ich sagte es schon meiner Ansicht nach, ein ganz schlechter Name. Der ist entstanden, weil es ursprünglich eine Vereinfachung werden hätte sollen. Es ist auch eine Vereinfachung geworden, aber es ist eine vollkommen andere Herangehensweise. Das sollte mittlerweile soweit klar geworden sein. Genau, Maurice, ich hoffe, damit habe ich deine Frage ein wenig beantwortet. Gute Nachricht, sei kreativ. Schlechte Nachricht, du musst kreativ sein. Denken wir positiv, oder? Jetzt kann ich nicht sagen, mein Glas ist nämlich wirklich leer. Aber stellt euch vor, es wäre halb voll. Dann ist es halb voll und nicht halbleer. Also wir dürfen kreativ sein. Dann haben wir noch eine Frage. Stil ist toll, nur wie lange bleibt er gültig? Exzellente Frage, bis der Nächste bei Microsoft eine neue Idee hat. So lange bleibt er gültig. Ich habe keine Ahnung, wie lange. Nein, es ist modern, es ist neu. Aber wisst ihr, was Microsoft hier gut gemacht hat? Sie haben sehr gut gemacht, dass beides koexistieren kann. Es ist nicht wie bei vielen anderen Schritten, dass man alles aus dem Fenster werfen muss und dann komplett neu beginnen muss. Die beiden Dinge leben wunderbar nebeneinander. Ein und dieselbe Applikation kann mit altem Stil, mit neuem Stil wunderbar gemeinsam funktionieren. Und wie gesagt, niemand zwingt euch unbedingt auf den neuen Zug aufzuspringen. Dort, wo es passt, ist es schön. Und dort, wo es nicht passt, bleibt dabei. Bleibt dort, wo ihr auch schon vorher wart. Genau. Schön. Schön, schön. Damit wir es noch fertig machen. Ja, damit wir es noch fertig machen. Ja, gibt es noch Fragen bisher? Bilderpattern ungefähr, klar? Andere Programmiersprachen, wie beispielsweise Rust, da findet ihr das Zeug seit Anfang der Zeiten überall immer. Die basieren nur auf diesem Zeugs. Man sieht hier schon sehr stark, wie sich C-Sharp auch von anderen Programmiersprachen inspirieren lässt. Das ist auch absolut in Ordnung, wenn ihr mich fragt. Okay, wenn ihr ein funktionierendes Endprogramm haben wollt, dann habe ich das letzte Stückchen Code, was ihr noch reinkopieren könnt, damit ihr dann angeben könnt, was wir nicht für ein tolles Programm geschrieben haben. Und das heißt Render Image. Das ist diese Region mit den Codezeilen 110 bis inklusive 153. 110 bis inklusive 153. Ja, die kopieren wir dann auch rein. Und dann solltet ihr in der Lage sein, eigentlich Bilder zu erzeugen. Wisst ihr, was der nämlich tut hier, dieser Endpunkt, der ist recht simpel. Seht ihr hier nochmal, der Router holt sich hier die Image-ID heraus. Das hier ist ein Route-Parameter, weil die gleich heißen. Dann gibt es in einer anderen Farbe hier noch einen zweiten Parameter, der ist nicht in der Route drinnen. Das ist also ein URL-Parameter. Ein Parameter, den wir in der URL mitgeben können. Und der geht dann her und entschlüsselt diese Image-ID und rendert das Ganze in ein neues PDF. Äh, PNG, Entschuldigung, in ein neues PNG. Das wird hier gerendert. Ganz, ganz simpel. Nichts Besonderes. Genau, und dann soll es funktionieren. Also wenn ihr es ausprobieren wollt, ich werde es bei mir natürlich nochmal ausprobieren. Und dann erzeuge ich euch unsere letzte Schildkröte des heutigen Tags. Also ich möchte, dass die Augen offen sind. Das ist in Ordnung. Hammer, na sicher wollen wir einen Hammer. Der Moon soll happy sein. Das passt auch. Die rechte Hand soll victory sagen. Und natürlich, wir nehmen alle einen Schwanz, gehen wir auch dazu. Dann lassen wir das Ganze laufen. Da bekommen wir hier eine URL. Seht ihr das? Und diese URL, die nehme ich jetzt und rufe es auf. Und schaut her. Hier, Browser, da ist unsere Schildkröte. Mit Victory-Zeichen, mit Hammer, mit offenem Auge, mit lustigem Mund und mit Schwanz hinten dran. Das ist doch wunderbar. Wir haben eine Schildkröte erstellt. Also der Beweis ist gelungen. Es geht aber heute nicht um diese lustige Schildkröte. Nein, ich hoffe trotzdem, dass dieses Beispiel vielleicht auch inhaltlich ein wenig witzig war. Dass wir nicht immer nur Hello World auf den Bildschirm schreiben. Exzellent. Wenn ihr Fragen habt, wenn irgendetwas nicht funktioniert, dann klont euch einfach mein Repository. Da ist das fix fertige Beispiel drinnen. Gibt es an dieser Stelle Fragen? Unser Beispiel mit der Minimal API. Unser Ziel haben wir damit erreicht. Und ich bin auch damit wieder wunderbar im Plan. Schauen wir an. Wir hätten eigentlich um 13.30 Uhr begonnen. Dann wäre es bis 15 Uhr gegangen. Jetzt haben wir um 13.15 Uhr begonnen. Jetzt ist es 14.45 Uhr. Wir hätten also jetzt noch die eine oder andere Minute Zeit, Fragen zu beantworten. Denn der letzte Block, das habe ich euch ja am Beginn schon angekündigt, da gehen wir nochmal ein wenig in Slides und schauen uns an, was sich so in C Sharp 11 und dann C Sharp 12 sonst noch alles tun wird. Einige Dinge gibt es, die erwähnenswert sind und natürlich verwenden wir das. Aber das wird dann kein durchgehendes Beispiel mehr sein. Das durchgehende Beispiel, das hat uns jetzt gut begleitet. Ja, Edi, du fragst, ob man Minimal API mit einem Vintage-API-Projekt, oh, der Name, der bleibt hängen, der bleibt definitiv hängen, ob man das erweitern kann. Ja, ich darf das vielleicht kurz herzeigen, denn es beschäftigt offenbar einige. So, genau. Vielleicht kann ich mich auch nicht vertippen, dann ist das schon besser. Und die AddControllers, Moment, 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 Moment. Ich glaube, das muss ich extra machen. Sorry. Builder.Services. Ja, genau, 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 genau. Wir packen an dieser Stelle die Controller hinzu. Das ist das Erste, was wir tun können. Und das Zweite, vor dem App.Run, sagen wir App.MapControllers. Ich mache jetzt mein Minimal API-Projekt, bitte nicht mitmachen, das ist nur, um die Frage vom Edi zu beantworten. Ich mache mein Minimal API-Projekt zu einem Vintage-API-Projekt. Dann legen wir hier einen Ordner an, Controllers. Da drinnen packen wir eine HelloWorldController.cs und das ist ein RP-Controller. RoutePast. Das ist eine Public Class HelloWorldController. Light it up von ControllerBase. Das ist das, was normalerweise Visual Studio, ah, sehr schön, der Copilot hilft mir gleich. Und da packen wir jetzt das HTTP mit dem Get und so Zeugs rein. Und jetzt schauen wir, wie viele Fehler ich gemacht habe. Oder ob ich dem Edi jetzt gleich beweisen kann, dass die wirklich gut miteinander können. Die tun sich gegenseitig nicht weh. Wir schauen da gleich rein. Da ist mein Swagger, falscher Bildschirm, richtiger Bildschirm. Und du siehst, im Swagger-Dokument sehen wir schon, dass wir sowohl die klassische Welt, HelloWorld, drinnen haben, als auch die neue Welt mit all diesen APIs, mit den wunderschönen Doku-Geschichten, die wir hier angelegt haben. Dann gehen wir da rein und können das auch gerne hier mal probieren, execute. Und dann siehst du, das funktioniert bestens. Also das ist das, was ich kurz beweisen wollte. Es sind eigentlich nur zwei Zeilen. Wir müssen Dependency Injection hinzufügen, damit er nicht nur unsere Delegates sucht, sondern auch die Controller über Reflection entdeckt. Dann müssen wir hergehen und das Routing entsprechend einstellen. Da siehst du das Map-Controllers da unten. Und dann können wir klassische Welt hier mit den objektorientierten Geschichten und neue Welt hier mit den Delegates und Ähnlichem wunderbar nebeneinander laufen lassen. Und natürlich können die auch die gleichen Dependencies nutzen. Also wenn der zum Beispiel auch diesen iImageOptions Builder braucht, dann gehen wir hier einfach rein, legen uns einen Constructor an, den hier, und geben hier beispielsweise den da mit dem ImageOptions Builder, ich nenne ihn mal so, den geben wir da dazu und schon ist es gut und dann könnten wir den da unten schon verwenden. Also Dependency Injection auf den gleichen Services funktioniert wunderbar. Möchtest du noch GRPC hinzufügen, funktioniert wunderbar. Möchtest du noch WebSockets hinzufügen, SignalR beispielsweise, funktioniert wunderbar. Alles in einem Projekt. Also niemand zwingt dich dazu, Dinge zu tun. Ich möchte aber, Edi, noch mal darauf hinweisen, dass in der heutigen Zeit, speziell wenn du in einer Cloud arbeitest, mit dem Konzept von Microservices, die nicht immer beliebt sind, ich weiß schon, nicht alle mögen Microservices, aber viele Firmen sind erfolgreich damit, mit dem Konzept von Microservices, du ja auch nicht immer alles in einer großen Solution oder einem Projekt drinnen haben musst. Vielleicht, wenn es eine größere Firma ist, wenn ihr ein größeres Team seid mit 20, 30, 40 EntwicklerInnen, dann würde es vielleicht Sinn machen, dass du sagst, es gibt gewisse Teile, die sind in einem Microservice implementiert, das ist im Maintenance Mode, das lasse ich in Ruhe und dann gibt es einen Teilbereich, den implementiere ich auf eine neue Art und Weise mit der Minimal API und du hältst dich vielleicht gar nicht so sehr mit dem Migrieren oder Zusammenführen auf, sondern du teilst das Ganze in zwei oder drei Services auf, wenn das getrennte Teams sind, das eine will in einer neuen Art programmieren, das eine ist die klassische Art gewöhnt, dann muss man die nicht unbedingt unter ein Dach zwingen. Wir könnten gerne ab morgen, wenn ich dann da bin, hervorragend über Microservices streiten, wenn wir uns irgendwo am Gang sehen, wird es unterschiedliche Meinungen geben, aber es muss nicht immer alles in einem großen Projekt drinnen sein. Ja? Okay. So, was habe ich da noch? Woher kommen die direkt in rot angezeigten Fehlermeldungen? Ah, ich sehe es schon. Du meinst sowas hier. Wer hat das gefragt? Florian hat das gefragt. Es gibt eine Extension in Visual Studio Code, die heißt Error... Ich vergesse immer, ob man es zusammenschreibt. Ja, auseinander schreibt man es. Error Lens. Das Ding ist super. Das funktioniert nicht nur in C-Sharp, das funktioniert in Go, in Rust, in JavaScript, in TypeScript, in Markdown, überall. Das installiert man einmal. Ihr seht ja auch 1,6 Millionen Downloads, einen ganzen Haufen Sterne. Und der sorgt dafür, dass Warnings und Errors direkt in der Zeile, in einer gewissen Signalfarbe, kann man natürlich konfigurieren, in meinem Fall ist es rot bei einem Fehler, direkt daneben dargestellt werden. Also Florian, falls dir das gefällt, dann installierst du einfach das Error Lens, das hier, und der wird dir genau diese Aufgabe übernehmen. Hat nichts mit C-Sharp zu tun, ist einfach nur Visual Studio Code. Nein, Markus, gute Frage, auch für Visual Studio, tut mir leid. Vielleicht gibt es entsprechende Extensions für Visual Studio, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich kenne zumindest keine, aber das Plugin-Modell von Visual Studio Code ist ein fundamental anderes als das von Visual Studio. Visual Studio ist ja mit WPF geschrieben, während Visual Studio Code eine TypeScript-Anwendung ist, die im Wesentlichen einen Webbrowser darstellt. Das kennt ihr ja alles, da brauche ich, glaube ich, nicht allzu viel dazu zu sagen. Und deshalb ist das ganze Plugin-Modell ein fundamental anderes. Also du kannst nicht die gleichen Plugins für Visual Studio verwenden, wie es auch für Visual Studio Code gibt. Manchmal ist das unangenehm, manchmal aber, ja, es liegt einfach in der Natur der Sache. Also Markus, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Schön. Und jetzt habt ihr bei mir mal gesehen, wie sich das auch so anfühlt, wenn man in Visual Studio Code entwickelt, solche APIs. Ich fühle mich ganz wohl, mir gefällt es gut, aber ich will euch nicht verschweigen, dass Visual Studio natürlich einen ganzen Haufen an Helferlein integriert hat, die einem das Leben da oder dort noch schon recht leicht und angenehm machen. Für mich ist es hauptsächlich das Thema Linux, das mich zu Visual Studio Code gebracht hat. Das ist mein Hauptgrund. Nicht, weil Visual Studio irgendwie schlecht ist. Überhaupt nicht. Visual Studio ist ein tolles Stück Software und ich arbeite gern damit. Kein Thema. Dann würde ich sagen, dass wir an dieser Stelle in die Nachmittagspause gehen. Das gefällt mir gar nicht so schlecht. Wir sind acht Minuten vor der Zeit. Das ist in Ordnung. Das können wir so machen. Wir machen es einfach so. Es geht ja um 15.30 Uhr weiter. Aber die zusätzlichen acht Minuten, die werde ich auf jeden Fall nutzen, dass ich wieder früher da bin. Das heißt, ich bin, ich würde sagen, 15.15 Uhr, 15.20 Uhr spätestens wieder hier vor dem Rechner. Bringt Fragen mit. Nutzt Fragen. Nutzt in der Pause die Gelegenheit, um Fragen für euer Projekt, für eure Umgebung zu stellen. Was bedeutet das für eure Sachen? Nehmt das mit. Nach der Pause gehen wir ein wenig mehr in die Slide-Ecke und natürlich wieder viele kleine Beispiele, aber das große zusammengehörige Beispiel, das haben wir hiermit offiziell abgeschlossen. Bisher funktioniert das Recording übrigens einwandfrei. Die jetzige Session hat eine Stunde 35 gedauert. Die ist aufgezeichnet und ich hoffe wirklich, dass ich euch dann alle vier Teile im Endeffekt in ein paar Wochen dann auf YouTube auch bereitstellen kann, falls ihr das nochmal nachsehen wollt. In diesem Sinne, wir sehen uns wieder um 15.30 Uhr bzw. so ab 15.15 Uhr, 15.20 Uhr, wenn ich wieder hier bin, falls ihr Fragen habt. Genießt die Kaffeepause, holt euch ein wenig und seid mir pünktlich um 15.30 Uhr wieder da. Bis gleich!